Mit dem Lai-In wollen wir einfach die hier ja reichlich vorhandene Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass es ein Problem gibt und das Thema Klima immer wieder in die Stadt bringen. Hier in der Rathausstraße bringen wir uns ein in den politischen Prozess. Eigentlich ist ja die Rathausstraße gesperrt von der Stadt, aber wie wir hier auch gerade mitbekommen, jeden Tag wird es von Hunderten von Autofahrern missachtet und Ordnungsbehörde und Polizei tun leider zu wenig, um das Ganze durchzusetzen. Dabei ist es so ein wichtiger erster Schritt zu einer nachhaltigen, umfassenden Verkehrsberuhigung in der Stadt.